Ich habe mir einen Tinnitus eingefangen. Man weiss nicht genau, was der Grund ist bei Tinnitus. Manchmal ist viel Lärm ausgesetzt oder kann Stress sein oder kann auch ziemlich keinen Grund haben. Und ich kann damit gut leben, es ist nicht so laut, aber ich habe keine Stille mehr in meinem Leben. Und du hast mir das jetzt auch mal gesagt, dass du nach der Tour dann ein paar Wochen noch Hohrensausen hast. Hast du da keine Angst, dass sie mal bleibend bleibt oder so? Die Angst habe ich schon, aber die verdränge ich komplett. Könntest du mit Ohrenschutz arbeiten? Sehr schwierig. Ich trage ja keine konventionellen Kopfhörer, ich trage ja in-ear, weil ich die Maske aufsetze. Da hat es keinen Platz für normale Kopfhörer. Dadurch, dass es in-ear ist, ist es zum einen gut, weil ich bin abgeschirmt nach aussen. Das heisst, egal wie laut es im Club ist, bei meinen Ohren ist es so laut, wie ich mir die Kopfhörer einstelle. Aber es gibt halt, das passiert mir sehr oft, dass ich in der Hitze des Gefechts, weil ich ja wirklich live mixe und da wirklich arbeite 90 Minuten hinter dem DJ-Pult und Leute animiere und so, dass ich den falschen Regler aufdrehe. Und dann erwische ich den für die Kopfhörer und dann habe ich einmal kurz 120 Dezibel sofort in den Ohren. Und wenn ich nicht sofort reagiere und merke, okay, ich weiss dann auch nicht, was los ist im ersten Moment und das wieder runterdrehe, dann pfeift es schon. Also bei mir ist es so weit, wenn jemand einmal klatscht, zum Beispiel einen Soundtest macht, gerade neben meinem Ohr, nur einmal klatschen, dann halte es mir fünf Sekunden nach. Ja, das habe ich nach der Sommertour immer. Und ich sehe einfach die Gefahr, im Moment kann ich gut damit leben, es ist nicht angenehm, man kann es einfach vergessen. Aber ich denke jetzt, wenn ich DJ wäre, ich hätte da große Angst irgendwie, weil das kann die Lebensqualität so dermaßen schmälern, also das kann sie wirklich vernichten, wenn du dann nicht nur, dass du das Summen hörst oder so, es gibt, ich habe einen Bekannten, der, wenn wir auf dem Spielplatz Kinder spielen, weit entfernt, dann sticht das in seinen Ohren. Vögel, die pfeifen, stechen in seinen Ohren und die Stimmen seien dann auch verzerrt dargestellt, hat mir die Hände auf meinen Kopf getan und gesagt, stell dir vor, du hast immer das hier und reib in meinen Ohren und da habe ich gedacht, das ist schon die Hölle und es gibt ja Leute, die sich auch umbringen deswegen und ich denke, also der Anschein ist jetzt 20 Jahre gut gegangen, ich würde dir auch nichts, ich würde dir auch nichts da, keine Angst machen, aber zur Vorsicht raten, sage ich mal, könntest du keine Kopfhörer, weißt du, so Kopfschutz drüber tragen? Oder ist der Aussenlärm gar nicht so gross? Der Aussenlärm ist nicht das Problem, nicht unbedingt. Es ist einfach, wenn du aus Versehen selber bei dir zu viel hast bist. Ja, und natürlich, Stimmung, diese Musik muss man zwangsläufig laut konsumieren, das Elektrohaus, EDM funktioniert nicht, wenn man das unter einem bestimmten Pegel, das funktioniert nicht, das heisst, automatisch, ich muss das mitfühlen, ich kann nicht, ich bewundere die DJs, es gibt DJs, die können einfach ihre Kopfhörer ganz leise einstellen, die haben eine abgeschirmte Kopfhörer, und können dann trotzdem Party machen, ich kann das nicht, ich muss die Musik fühlen, ich muss die Musik fühlen, sonst stehe ich einfach steif da und mache gar nichts. Fühlen heisst 35 Dezibel Musik. Ja. Das stimmt lautstärke an und nach einer Stunde oder so hört man das ja nicht mehr, dann macht er das Gehör automatisch, fährt runter, das heisst, es schützt sich eigentlich selber, aber dann macht man automatisch noch lauter, weil ich dann plötzlich denke, Moment, ich höre von dem Monitoring gar nichts mehr, mach noch lauter. Und dann bin ich wieder beim Tourmanager, sehr wichtig, der klopft mir dann auf die Schulter und sagt irgendwann, stopp, du bist viel zu laut, hier. Was die Leute vorne hören, ist mir egal, das ist dafür, dass der Klub verantwortlich. Für mich selber, das Monitoring und die Kopfhörer. Dann bahnt dich dein Manager und sagt, pass auf, zu laut. Ja. Tiefst du bei euch selber. Ja. 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 Vielen Dank.